Hallo, wir sind's. Tim, Karl, Klösschen und Gabi. Und natürlich unser Superschnüffler Oskar. Zusammen sind wir TKKG. Alle mal lächeln. Wir sind eine Detektivbande und gehen auf das gleiche Internat in der Millionenstadt. Klösschen und ich wohnen sogar dort und teilen uns ein Zimmer. Genau, das Adlernest. Eine winzige Bude. Aber oft halten wir uns dort eh nicht auf, denn eigentlich sind wir meistens unterwegs. Und zwar am liebsten mit dem Rad. Denn wir sind immer auf der Suche nach neuen Verbrechen, die wir aufklären können. Und da Gabis Vater Hauptkommissar bei der Polizei ist, sie kommt der ein oder andere Fall zufällig zu uns durch. Das führt uns dann in geheimnisvolle Ruinen oder gruselige Spukhäuser. Meistens ermitteln wir aber mitten in der Millionenstadt. Dass wir dabei auch in brenzlige Situationen geraten, macht uns nichts aus, denn wir lieben das Abenteuer. Genau. Und außerdem sind wir clever genug, jeden Täter zu überführen. Ja, wir setzen uns für Gerechtigkeit ein und wollen anderen Menschen helfen. Und solange wir zusammenhalten, kann uns nichts und niemand aufhalten. Stimmt's, Oskar? TKKG, die Hörspielserie von Europa. Weitere Infos gibt es auf www.tkkg.de Jeden Fall, wenn sie wollen, lieber heißt TKKG!